St. Johann ist eine Gemeinde auf der Schwäbischen Alb, etwa acht Kilometer östlich von Reutlingen. Sitz der Gemeindeverwaltung ist Würtingen. St. Johann ist mit einem Teil seiner Gemarkung Teil des Biosphärengebiets Schwäbische Alb. Geografie Geografische Lage Die sechs Ortsteile der Gemeinde liegen auf der Albhochfläche über ein weites Gebiet verstreut. Nachbargemeinden Die nachfolgend genannten Städte und Gemeinden grenzen an die Gemeinde St. Johann. Sie werden im Urzeigersinn beginnend im Norden genannt und gehören zum Landkreis Reutlingen, Dettingen an der ERMS, Baturach, Münsingen, Gomadingen, Engstingen, Lichtenstein, Pfuhlingen, Enningen, Unterachalm und Metzingen. Gemeindegliederung Die Gemeinde besteht aus den Gemeindeteilen und früher selbstständigen Gemeinden Bleichstätten, Gechingen, Lonsingen und A-Stätten. Upfingen und Würtingen Zu den Gemeindeteilen Bleichstätten, Lonsingen, Un-A-Stätten und Upfingen gehören jeweils nur die gleichnamigen Dörfer. Zum Gemeindeteil Gechingen gehören das Dorf Gechingen, das Gehöft Birkenhof und das Haus Tiefental und zum Gemeindeteil Würtingen gehören das Dorf Würtingen und die Höfe Fohlenhof und St. Johann. Im Gemeindeteil Bleichstätten liegt der abgegangene 1681 erbaute und 1828 abgebrochene Hofrutschenhof. Im Gemeindeteil Gechingen liegt die Wüstung Zitzelhausen. Der Name Zitzelhausen besteht noch als Fluhname im Süden der Gemarkung. Die älteste Erwähnung als Zitzelhausen datiert auf das Jahr 760. Weitere Nennungen sind Zusenhusen aus dem Jahr 1318 und Usilischusen um 1100, die jedoch nicht mit Sicherheit dieses Dorf benennt. Im Norden des Gemeindeteils Upfingen liegt der abgegangene Ort Bickelhausen. Im Gemeindeteil Würtingen liegen die Wüstungen Burghausen als Burghusen um 1100 erwähnt. Hesel bucht das im 11. Jahrhundert als Villa Heselibu auch genannt wird. Der 1290 als Kuria Hogenloch genannte Ort Hogenloch und das 1454 genannte Gehöft Taubenhof Geschichte. Die Ortsteile Upfingen, Ohna, Städten und Würtingen werden erst mal 1138 auf einer Urkunde des Klosters Ziefalten genannt. Bleichstätten wurde 1102 Lonsingen 1268 und Gechingen 1275 schriftlich festgehalten. Am 1. Februar 1972 wurde Bleichstätten nach Würtingen eingemeindet. Am 1. Januar 1975 wurden die Gemeinden Gechingen, Lonsingen, Ohna, Städten, Würtingen und Upfingen zur neuen Gemeinde Würtingen zusammengeschlossen. Die neue Gemeinde wurde am 1. September 1976 nach dem Gestütshof St. Johann umbenannt. Würtingen. Der Ort war schon zu Zeiten der Almanen besiedelt. Auf dem Hirnberg befand sich ein alter Fürstensitz. Der Hartberg birgt alte Mauerreste, der Sagen nach Reste einer alten Burg. Weiterhin ist die Gemarkung reich an Grabfunden und an Römerspuren. Der alte Heeresweg führte von Gechingen her durch das Gegental zwischen Würtingen und Una-Städten hinab, nach Enningen. Auf Holzwiesen am Leisenweg sind Gräben, die Schanzgräben genannt werden. Eine Stelle in Richtung übers Berg heißt Haus Emer-Mäuerle. Dem Namen nach sind dies weitere Befestigungen oder Schanzen. Im Dreißigjährigen Krieg und in den nachfolgenden Erbfolgekriegen wurden zur Verteidigung solche Erdwelle aufgeschüttet. Würtingen gehörte von Altersherr zur Grafschaft Urach und fiel mit dieser an das Haus Württemberg. Zusammen mit U. A. Gechingen und Upfingen organisierte sich Würtingen im sogenannten Kirchspiel, das Teil des Uracher Amtes war. Im Bauernkrieg suchten der Würtinger Singer Hans und der Bleichstätter Konrad Griesinger Anschluss an das Bauernherr des Bantelhans. Einem ehemaligen Soldaten aus Lettingen ERMS am 17. Mai 1514 wurden sie auf dem Weg dorthin samt ihrer Getreuen vom Uracher Förster aufgegriffen. Griesinger entkam schwer verletzt. Der Singer Hans wurde nach Urach abgeführt und am 21. Juni peinlich befragt, wobei er nichts verriet. Später wurde er mit dem Bantelhans auf der Festung Hohen Neufen inhaftiert. Im Dreißigjährigen Krieg wurde auch Würtingen hart mitgenommen. Im Kirschenkrieg 1631 zündeten die kaiserliche Truppen unter Egon VIII von Fürstenberg den Ort an und brannten 24 Gebäude nieder. Nach der Nördlinger Schlacht führte die Belagerung von Hohen Urach tägliche Plünderung herbei. Hier tat sich besonders der Gächinger Bauernsohn, Ellen Hans, hervor, der die Männer des Kirchspiels organisierte und mehrere Streifzüge ins kaiserliche Lager unternahm. In einem Gefecht wurden 32 Soldaten getötet und in einem Massengrab verscharrt. 1636 wütete die Hungersnot und bald darauf die Pest. Von vormals 370 Einwohnern überleben 58 den Großen Krieg. Von 1640 bis 1648 gingen 30 Uracher Ortschaften, darunter auch Würtingen, Ohna-Städten und Bleichstädten an die Grafschaft Achalm und wurden vor der Österreich eingegliedert. Mit dem Westfälischen Frieden fiel die Herrschaft Achalm wieder an Württemberg zurück. Das Pfarrhaus wurde 1613 renoviert. Man ließ dafür durch Heinrich Schickert einen Kostenvoranschlag erstellen. Der heutige Bau stammt aus dem Jahre 1752. Die gotische Andreaskirche wurde im Dreißigjährigen Krieg stark beschädigt und musste 1754 dem Neubau weichen. Frühe Pfarrer der Andreaskirche seit der Reformation waren 1557 bis 1602 Gregor Hartmann 1602 bis 1607 Valentin Lettenbauer 1607 bis 1621 Johannes Hegel 1621 bis 1635 Abraham Schwegerlein 1635 bis 1637 unbesetzt. 1637 bis 1641 Nikolaus Müller 2 1641 bis 1662 Würtingen wird nach Hupfingen eingefahren 1662 bis 1673 Christoph Schlicknecker 1673 bis 1684 Christoph I.L.G. 1684 bis 1693 G. Michael Schlegel 1693 bis 1794 Johannes Konrad Hatter Religionen der Ortsteil Lonsingen ist Sitz der Deutschen Indianer Pioniermission Politik Gemeinderat Der Gemeinderat in St. Johann hat 20 Mitglieder. Der Gemeinderat besteht aus den gewählten ehrenamtlichen Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzendem. Der Bürgermeister ist im Gemeinderat stimmberechtigt. Die Wahl am 25. Mai 2014 ergab folgendes Ergebnis Der Bürgermeister wird für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Am 8. Februar 2015 wurde Florian Bauer mit 51,11 Prozent der Stimmen im 2. Wahlgang gewählt. 1972 bis 1999 Raimund Speidel 1999 bis 2015 Eberhard Wolf Seit 2015 Florian Bauer Wappenblasonierung in Blau ein steigendes silbernes Ross vor einer abgeschnittenen goldenen Ehre mit goldenen Grannen. Städtepartnerschaften St. Johann unterhält seit dem 30. Oktober 1999 eine Partnerschaft mit den französischen Gemeinden der Kommune von Tenesai. Kultur und Sehenswürdigkeiten Musik Die Gechinger Kantorei wurde 1954 von Helmut Rilling gegründet. Sie hat heute ihren Sitz in Stuttgart. Bauwerke Rathaus in Würtingen Fachwerkbau von 1744 Evangelische Andreaskirche in Würtingen Aussichtsturm auf der Hohen Warte Spätgotische Wehrkirche St. Georg in Gechingen Spätgotische Marienkirche in Opfingen Evangelische Pankratiuskirche mit schwarzem Schieferturm in Onarstetten Rossbrunnen in Lunsingen Getreidemühle in Würtingen Vereine Die Evangelikale-Deutsche-Indianer-Pionier-Mission wurde 1962 gegründet und hat ihren Sitz in Lonsingen. Wirtschaft und Infrastruktur Verkehr Die Landesstraße 380 verbindet Gechingen, Lonsingen und Würtingen im Norden mit Reutlingen. Die L249 verbindet Lonsingen und Opfingen mit Baturach. Die Ortsteile sind untereinander über Kreisstraßen verbunden. Der öffentliche Nahverkehr wird durch den Verkehrsverbund Neckar-Alp-Donau gewährleistet. Die Gemeinde befindet sich in der Wabe 221. Staatliche Einrichtungen der Gestütshof St. Johann ist eine Domäne des Haupt- und Landgestüts Marbach. Dort wurden schon im 17. Jahrhundert Pferde gehalten. Er hat der Gemeinde seinen Namen gegeben. Bildung Musikschule St. Johann Nachbarschaftsgrundschule Lonsingen Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Würtingen Persönlichkeiten Ehrenbürger Ehrenbürger der Gemeinde Würtingen Stefan Heidt Geboren in Würtingen Oberlehrer und Organist Ehrenbürger der Gemeinde St. Johann Helmut Rilling Gründer, Dirigent und Leiter der Gechinger Kantorei und Int. Bach Akademie Stuttgart Bürgermeister Raimund Speidel Söhne und Töchter der Gemeinde Hans-Jerk Brändlin Geboren in Gechingen Anführer einer Bauernmiliz im Dreißigjährigen Krieg Genannte Ellen Hans Johann Georg Hegel Geboren in Würtingen Lutherischer Pfarrer Stammvater der Erbaren Familie Hegel in Württemberg Eberhard Friedrich Himmer Lutherischer Theologe Lothar Schall Geboren in Stuttgart Maler unterhielt ab 1973 ein Atelier in Gechingen Friedrich Wilhelm Fritz Schnitzler Geboren in ONA-Städten War ein deutscher Landwirtpolitiker der CDU Wirtschaftsmanager und Bauernverbandsfunktionär In ONA-Städten war er vor der Eingemeindung Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister Danach Ortsvorsteher und Ortschaftsrat